Was ist die Befragung? Wir führen die Befragung ja dreimal durch. Die erste Befragungswelle haben wir schon hinter uns, wo wir die Schülerinnen und Schüler schon befragt haben. Die zweite ist jetzt gerade im Feld und aus dieser ersten Befragungswelle haben wir schon erste Ergebnisse. Daraus wissen wir, dass etwa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler betroffen ist von Cybermobbing. Also entweder als Täter oder als Opfer. Und wir können auch ein bisschen was sagen zu den Faktoren schon. Wir wissen, dass die individuellen Faktoren, das heißt zum Beispiel die Persönlichkeit, eine etwas größere Rolle spielt als die Klassenstrukturen. Das sind aber nur erste Ergebnisse. Da müssen wir noch abwarten, ob die in der zweiten und dritten Welle der Studie so bleiben oder ob es da Veränderungen gibt.